Schönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Welcome to Angie's Any Morning Madness. Es ist 5 Uhr morgens. Die Laune ist getrübt und ich bin müde. Okay, okay, ich hab gelogen. Es ist 6 Uhr. Aber es macht nichts besser. Nicht besser. Seht ihr, ich lade? Lukas! Aufstehen! Es ist Ani-Morgen! Auftreten! Ist das nicht toll? Ihr seht, das ist Tierquälerei. Ich seh das auch so. Wir gehen jetzt duschen und ihr bleibt draußen. Mittlerweile haben wir 7 Uhr. Hallo, Evie. Zeig doch mal was in die Kamera. Wie fühlst du dich heute Morgen? Ich hab so gut geschlafen und mein Kopf tut jetzt weh. Warum denn? Die böse Angie. Du weißt doch, erst wenn sie blutig wieder rauskommen, waren sie richtig drin. Guten Morgen, Tee. Was heißt hier Bäh? Etwas mehr Haltung. Oh, Kinderwille. Nati, bist du aufgeregt? Bist du müde? Nur müde? Gut, sorry, das war ich. Um eine Stunde verschieben? Ich werde euch später erklären, warum das nicht geht. Die Wünsche unserer Kinder liegen uns dabei doch so sehr im Herzen. Nicht wahr, Nati? Los, ihr Lamaß! Los, ihr Lamaß! Tanz uns was! Früh am Morgen! Ich bin eine Marionette, lalalala! Hoffentlich teilt der Jubel und dafür bin ich da! Wie gesagt, es ist 7 Uhr morgens, wundert euch nicht! Jetzt ist es schon ein bisschen voller hier im Raum. Der Stress setzt ein, der Adrenalin auch. Stress und der Morgen. Guten Morgen, Tee, sag etwas! Guten Morgen, wir sind voller Freude auf diesem schönen Austritt. Ich bin eine büste Lügnerin. Nur mit dem Kopf. Musst du nicht langsam verlassen, Aufzug? Nein, erst um 8 Uhr. Wie groß ist denn? Hallo. Na toll. Hat der Daniel gesagt, dass er dich mitnimmt? Ja, hat er. 26. Wer ist das wohl? Ja. Wer ist das wohl? Zehn Punkte, wenn sie raten, wer das ist. Was ist denn mit Chiru? Ihr seid ja süß. Haben Sie schon irgendein Statement zu sagen? Ein Statement zu sagen. Totes Tier. Totes Tier. Sehr totes Tier. Wir werden es jetzt ganz schön machen. Nicht wahr, Uti? Ja. Ich hoffe, ich habe ein neues Tier aus. Okay. Tschüss. Tschüss. Puh, schweil da rein. Vorher. Ist sie nicht hübsch? Ich habe das Bild nicht ausgesucht. Susi. Ich wollte nicht laut wachen. Nein, das war nicht das Männerklischee. Sie redet von Männerklischee. Hört ihr das? Ich bin nicht mehr. Was, der empfiehlt den Clip. Achso, ich habe dir so ein hübsches Bild ausgesucht. Ich hatte kein aktuelleres. Zuck. Männer sehen nie neue Figuren. Rampensau. Ich glaube, wir haben es schon mal gut gefunden. Oh, sch. Ist gut jetzt, ja? Ja, ganz funny. Bani hätte Hotei, wo die Haare geschnitten, wenn sie ihre Perücke vergessen hat. Hä? Ja, aber ich hatte sie aber nicht. Na, Priska, wie geht es dir heute Morgen? Ist dir schon schlecht? Ja. Gut. Gut. Dann geht es dir wie uns. Schön fein, dann ist es das richtige Jumefeeling. Guck mal. Das ist ein Ruhm und das ist ein Schicksal. Mach noch ein bisschen mehr drauf. Sieht noch so doof aus. Guten Morgen, Mom. Bringt mal in die Kamera. Ja. Wie geht es dir? Vorne. Wie geht es dir gut? Geht dir gut? Ja. Das ist heute, dieses Mal irgendwie so unstressig, gell? Ja. Ja, irgendwie ist es sehr entspannt, sehr routiniert. Die Helfer, alle, haben schon eingeladen aufgebaut. Sie stehen alles richtig routiniert, bereit, alles hochzuschaffen auf die Bühne. Geil. Wunderlich. Ich bin froh, dass er jemals sieht und seine Freunde, sie sind sehr herzlich. Genau. Ich bin froh, dass er dir einen freundlichen Morgen hat. Großen Dankeschön. Okay. Kein Stress. Tschüss, ihre Pfeiffer. Willkommen im großen Saal, der aufnahmsweise irgendwie sauber aussieht. Unser Bühnenbild ist natürlich ganz aufgebaut. Und da stehen auf der Bühne irgendwelche Leute, die eigentlich schon längst runter sein sollten. Hm. Das sind Tatmänner bei der Arbeit, Jean und Alex Kitt. Ja. Ja. Latt den ist, wink mal. Che macht des. Ach, che. Ach, che. Herr Jean. Ich bin die bessere Pluto. Gar nicht. Ich hab mal rausgeschrieben. Bäh. Bäh. Das jedes Jahr. Hier. Hier. Das da nennt sich Jumefans. Sitzen schon hier noch vor dem Einlass? Ich hoffe keine Ahnung. Die gehen wir jetzt mal kurz interviewen. Unsere Probe war schlecht. Hallo, warum seid ihr hier? Warum sitzt ihr hier? Ich warte auf meinen großen Auftritt. Ich möchte mal ins Star werden. Echt? Wie heißen sie denn? Vielleicht werden sie entdeckt. Aino Minako. Das war ein dober Name. Und wer bist du? Umino? Zwerg. Zwerg? Ich bin später. Oh. Ja. Ah ja. Und was ist eure Ausrede? Ich bin wieder. Ja, und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Daher. Wir sind dann wahrscheinlich in der Konkurve. Wir hatten eine Probe ohne Musik. Die Pussfrau war großartig. Ja, die Pussfrau. Auf die konnte ich mich ballen. Auf die Kamera. Ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Ihr werdet toll sein. Ohne irgendwelches Problem. Ich bin schon sehr gespannt, was sie diesmal haben. Wie war doch der gleiche Name? Paco, Paco, Kino. Hier haben wir noch einen Jume-Fan. Wie heißen sie? Sind sie bekannt? Natürlich. Werden sie in den Jume-Fan-Club eintreten? Auf jeden Fall. Wenn ich die 15 noch gut zusammenkriege. Ich bin auch ein Jume-Fan. Die schon wieder? Ey, die kenne ich doch. Die nervt. Ja, schon. Ich habe schon ein Armbändchen. Beuchge zu kotzen. Ist gut, ja. Das ist ein Übersatz auf der Kamera. Beuchge zu kotzen. Oh, beide sind sich auch noch am Laufen. Wobei, es ist auch nicht mein Kommentar von damals bei TNS. Ist das schlecht. So was habe ich nie wieder gesagt. Diese drei Plätze haben sie jetzt auch für uns reserviert. Das da sind auch bekennende Jume-Fans. Die hocken immer bei uns. Jeden Sonntag. Also, wenn wir auftreten. Gelle! Sag ich mit dem Kopf. Nicken. Nein. Nein, wirklich? Wie, ihr könnt uns nicht leiden. Jetzt bin ich voll traurig. Ich kann euch leiden, aber ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, wirklich da zu sein. Ach so. Das erste Mal endlich noch mit mir gewesen. Oh. Kein Problem. Geht die Ausrede? Ja, ja. Passt schon, passt schon. Unser protziges Güdenbild. Ein Kirschbaum. Das haben wir gestern Abend auch genett. Ich bin die bessere Pluto, gibts auf. Das hier ist der King of All, King of Technik. Harald. Sponsor-San. Wenn er mal in die Kamera gucken würde. Guckt ihr ja nicht. Komm, ich. Das ist er. Hochbeschäftigt. Das ist sechs. Das ist sechs. Das ist sechs. Das ist zwölf. Glaube ich nicht. Das ist zwölf. Zwölf. Das ist zusammen. Das ist zwölf. Jetzt schmalt's. Panin-Arbeitskleidung. Willst du dich nicht langsam umziehen, hä? Schämst du dich nicht? Bäh. Was machst du eigentlich mit dem Video? Das kommt auf die DVD. Und es wird vielleicht nächstes Jahr gespielt. Das heißt, noch kein dummes Gesicht. Herzliche Grüße an alle unsere Fans. Wir lieben euch. Sie lügt euch an. Nicht wahr? Ja. Ein bisschen. Das ist übrigens Kanna. Unsere Fee hinter der Requisite. Huschend. Wie immer. Und das hier ist unsere Requisite. Bunt. Alles bunt. Es sieht aus wie Kuddelmuddel und Durcheinander. Aber eigentlich ist hier ein System drin. Das ist irgendwo in Ordnung. Nein, da ist keine Ordnung drin. Nichts mal bis jetzt. Den Teil schneide ich jetzt raus. Hey, Queen Selene. Na, brauchst du eine Dekulte nicht zu verstecken. Nein. Schön. Sag, was für die Fans. Wer war die Venus? Ja. Wer war die Chibi Chibi? Und wer ist jetzt die Königin Selene? Und wer macht nächstes Jahr die Venus? Aha. Aha. Da geht sie. Veraräter. Ästhet. Zeigt euch. Macht mal auf. Ach, kommt schon. Jetzt seid nicht so schüchtern. Wo? Einmal für die Fans. Sag was Nettes. Der Fans wird sterben. Und jetzt sagt uns, wie ihr euch wirklich fühlt. Dachte ich mir. Hey, junge Frau. Sie sind doch die Mutter von einer der Schauspielerinnen, oder? Wie fühlen Sie sich? Sind Sie stolz? Eben. Ich bin ganz auch stolz. Und wer ist Ihre Lieblingsschauspielerin? Anji. Anji. Okay. Anji. Danke. Ah, unser Schiff. Nein, das ist ja Ranjan. Ich habe die schöne Zylinder gemacht. Hey, wenn du nicht sprichst, könntest du durchaus süß durchgehen. Du hast ein Foto von mir gemacht und sagte, ey, scheiße, du siehst süß aus. Du musst genervt gucken. Ja, genau. Guck, genervt, ey. Guck, genervt. Einmal für die Kamera. Ja. Woho. Das ist er. Und da ist der neue Starlight. Ich kann auch Leiden gucken. Seht ihr? Äh. Na, Quas. Hey, Moment. Ich bin hier wichtig. Ja, ich bin zum Held geworden. Ach, Rampensau. Hey, die Venus. Komm mal her. Komm mal bei dir ins Bild. Ihr seid so süß. Doch. Seid nicht aufgeregt, ja? Habt keine Angst. Anji ist bei euch. Ja. Ist sie nicht. Doch, ist sie wohl. Ist sie nicht. Ich bin nicht hier. Ist sie nicht. Und weil die Antje so toll ist, hat sie nämlich auch einen Mikroplan ausgedruckt. Drei an der Zahl. Und Marco musste sie auch kleben? Nein, Antje hat sie aufgeklebt. Und Marco? Marco musste Tape reißen. Mit ihren Zähnen. Yes. Ich glaube doch nicht im Ernst, dass wir diese ganzen Scheiß-Mikrowechsel auswendig können, oder? Na, früher konnten wir das, aber mittlerweile sind wir zu alt dafür. Das ist unsere Sprecherin, Antje ist ja mal, sagt ein liebes Wort zu den Zuschauern. Hier, das absolute Geheimnis, die Sailor Pluto ist total blind auf der Bühne. Seht ihr diese Blindstärke? Seht ihr das? Das habe ich normalerweise auf den Augen. Und ohne das riecht nichts. Nur Farben. Darum wissen wir ja auch, warum alle Autos immer blaue Falschen in den Augen haben. Mit Juro ist natürlich blau, ich schwöre. Na gut. Okay. Bye, bye. Mach winke, winke. Winke, winke. Tschüss. Noch mehr Glitzerkram und Requisite. Ohrringe. Ja, wir haben immer sehr viel zu tun hinter der Bühne mit umziehen. Also vor allem unsere Sailor Moon hat voll gelitten. Das ist das Kind. Guck, er liegt sie. Es wird alles gut. Ich glaube, Juh, 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 Juh. Mein Name ist Riso Bessi und das ist meine Schwester. Wir sind total kindische Kinder. Weißt du, dass du im Programmheft völlig falsch drinstehst? Briennen? Ja, ich weiß das. Jetzt hast du die Gelänge, dich zu beschweren. Ihr seid alle assi. Ihr seid alle so doof. Ich würde euch am liebsten umbringen. Ich habe euch trotzdem gemütet. Aber wenn ihr nächstes Mal meinen Namen nicht richtig schreibt, dann höre ich mich mit der Peitsche richtig ein. Ist das die Wand hinter mir? Nein, nein, die Wand. Union, bestraf sie. Schöcki. Und ein Liebeswort für die Fans? Das ist super. Mach mal den Hengst. Ja, nee. Nö? Ja. Ah, komm. Rind ich um. Sie ist bekennender Jume-Fan. So sieht man aus, wenn man bekennender Jume-Fan ist. Gebt euch mal diese Farbkombination. Ja, hier Flieder und hell, äh, verwaschen Türkis. Das gehört alles ran. Das sind nicht meine Klamotten. Natürlich. Ja. Das ist das typische Syndromverdrängen. Und ja, da wachsen schon Ohren aus dem Kopf. Hast du was getrunken? Es ist kurz vor dem Auftritt. Wie fühlen Sie sich? Ganz gut. Der Text sitzt nicht. Ich kann die Lieder nicht. Ich weiß nicht, wo ich aufkommen soll. Aber hey, ist das schon klappen. Das übliche eben, nicht wahr? Das ist übliche, ja. Ja. Oh mein Gott, Prinzessin, zieht euch sofort was an. Also ich sage jetzt gleich mal die Hände. Oh Gott, wie süß. Ja, Held. Ist gut, Held. Prinzessin profiliert sich. Ah, nein, nein, nicht, nicht. Beschäftigt wie immer die Technik. Haro. Einmal. Oh, ich vermusste ja gerade den ganzen Zug. Ich sitze ja gar nicht. Was war der Scheiß? Oh, ich jetzt gerade da sind. Wo wollen Sie? Gary sagte, wir sollen ihn verdecken. Boah. Okay, wir werden nur ihr Profil zugesehen bekommen. Aber egal, das reicht nicht, wahr? Einmal Ties. Bitte nur einmal, komm. Einmal Ties. Einmal Ties. Ah, ist das nicht süß? Dankeschön. Das ist das Maul. Haro, wie sie lebt, lebt. Unser Gaul. Ist das nicht toll? Wir haben wohl die Technik. Und wer hat sich das ausgedacht? Wir hatten was. Wir hatten was ganz alleine. Und Haro hat es gemalt. Auf dem PC. Auch lieber. Eigentlich habe ich es gemalt und der Haro hat es nachgemalt. Ausgedacht habe ich es gemalt und ich habe es animiert. Zu kurz als richtig. Okay. Jetzt wisst ihr, wer bei Jume schafft. Zwei Leute von 30. Oh, der Baby ist groß. Guck mal. So sieht es an der Wand aus. Uuuuh. Können wir das größer? Das ist zu groß. Jetzt hat der Dennis seinen Kopf davor. Ja, er muss es ja anschalten. Ja. Oh, jetzt ist es unscharf. Ja. Scharf genug, oder? Ja. Na ja. Das kann sich auch bewegen, glaube ich. Wenn es scharf ist. Boah, ja. Voll cool. Mit Licht. Helfer go stop, oder so. Das sind meine Klamotten. Wie viel hast du dir dafür bezahlt? Ich stehe hier ganz so gar nicht hier. Siehst du, Anstieg. Ich bin nicht ganz fein. Ich bin nicht ganz freundlich. Wenn ich so was habe, dann stehe ich immer so da. Und wenn ich ein Kleid am habe, dann stehe ich immer so. Ja, das ist die Rearnhaltung, die ich kenne. Au, au. Ach, die war aber nicht so gut. Die Hälten muss auch rein. Ja, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Nein, das war die Gary, wo sie uns jetzt nicht gesehen haben. Gary kommt da gerade. Für die Blinden bitte einen Hinweis. Sie sind bekennender Jume-Fan. Los, aufgen Sie sich. Oh, aufgen Sie mich auf. Das ist so toll. Können wir eigentlich in den Fanclub eintreten? Aber sicher doch. Ich will auch so ein Leuchte-Din. Halte dich an den alten, fertigen Mann. Der verteilt die. Hey, du Papst. Mutti. Hey, ich habe Ihren Röck gefilmt. Glaube ich. Warte, 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 warte. Halt! Fans müssen gezäumt werden. Nochmal. Rausschmeißer, da. Wilder Fan. Rausschmeißer, rausschmeißer. Sofort drauf. Los, los. Aus, pass. Ich werde meine Antwort zurückziehen. Äh. Hallo. Hi. Aber als Gegenleistung wünsche ich den Tod der Mordprinzessin. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Einfach so. Seht ihr das? Okay. Sirene, ich habe dich. Ich werde dich in meine Hand. Ich werde wieder in der Lüge, das ist der Lüge und jetzt noch schade. Wie süß. Dann wird der Gäste mit dir zur Hölle. Ja, war. Ein Quartier. 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 Oh, 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 oh. Buh. Deswegen haben wir Angst. Gell, Amy? So ist Gary immer drauf, gell? Ja. Minako. Venus. Hallo. Das war jetzt auch drauf. Schimpf sie mal. Schimpf die böse große Schwester. Hallo. Nicht so zögerlich. Schaffst du mir abgelassen? Jo. wir haben bald Auftritt. Bitteschön, 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 Bitteschön! Tanzen wir jetzt Bitteschön getrockn? Hab ich schon erwähnt, jetzt noch kurz vor dem Auftritt stehen? Du, dein Schwert ist voll krumm! Banni ist tot! Banni ist tot! Banni ist tot! Ja! Banni ist tot! Großer Kohl! Banni! Hey Uti! Hey Archie! Hey! Hey du darfst doch nicht verraten, dass ich der Archie bin! Archie, 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 Archie! Luka! Archie, Archie, Archie! Tschüss, Rappensau! Ohne Mucke! Ach schade! Ich hätte jetzt gern nochmal Pinky gemacht! Sie war's, sie hat's gesagt! Die da! Ruka, wir machen nochmal Pinky! Yeah! That's a funny dance! Äh! Er ist Mikko! Was? Ich glaube ich spinne! Mikko! Nein! Nein! Da seht ihr, es ist nur gefakt! Alles unecht! Schleck es ab, das ist nicht mit! Dann sieht man die ja gar nicht mehr! Eigentlich kann ich das nicht mehr tun! Schhhh! Seh'n der Mucke! Seh'n der Mucke! Mach was auf! Pädios! Solvion! Wir sind verloren! Ohne die erwähnten Mucke, Frau, kannst du die Mucke fallen und nicht erfüllen! Nur sie bei der Lade zu! Mit schnell meinen Gummikunnen, die zahlen sie sich auf! So bist du die Mucke fallen und ihre Sachen! Ich weine! So leicht lebe ich nicht auf! Mammo-chan, Mammo-chan! Musik helfen! Lass mich! 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 Was ist eigentlich dein schönste Lamm? Liebe, Kuss auf Lamm. Kuss durch. Einmal nein. Mein Wunder. Seht, der goldene Kristall im Herzen des Prinzen ist erwacht. Kein bestätig Königin. Der goldene Kristall hat sich. Komm, Papa, von ihm. Ich bin der Träger des goldene Kristalls. Bingo. Ja, das ist ein Fisch. Wie managen wir das jetzt eigentlich? Bringt jemand Stecken mit raus? Ähm, du kommst mit uns. Eine ferne Erinnerung steigt in die Runde. Wir hatten eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, aber danke. Wir sollen uns mit Stecken schützen. Wir haben das aus eigener Kraft. Sailor Crystal Power Make Up. Hoppi, hoppi, hoppi. Ding, 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 ding. Sehrene Cihime! Sehrene Cihime! Na ja, das spielt das aus. Oh, Kontenanzkönigin. Geht gefälligst mit Würde unter. Unwalt. Die Arme hinter mit Ski ruhten. Und jetzt. Schick sie in den Schatten des Neumondes zurück, Hoheit. Dann mach, dass du von hier verschwindest. Echt so. Guck mal, da haben schon total eingedeckt die Fans. Und die Chaos-Probe geht weiter. Oh, warte, ich bringe dir eine Drogengön auch zu unserem Geschäft. Der Tanz hat nie wie innerhalb von, ich weiß nicht, fünf Minuten gelernt. Blutsch, Blutsch. Ja. Oh nein, jetzt ist sie tot. Verdammt. Wir brauchen eine neue Sailor-Boot. Was für ein armes Zeug. Nichts war gegen ein Schatten, der Tournee kommt zu einem. Jetzt weiß ich ja, woran ich bin. Pass auf, dass du dich über die Kabel stolperst. Und die Inners und das Quartett fehlen schon wieder, wie immer. Hey, sie kommen ja doch raus. Hey, sie kommen ja doch raus. Hallo, sie sind schneller raus, hallo. Schneller, schneller. Bist du aufs Händchen stellen? Ein Gruß von anderen, nicht breitweilig. Genau. Hi. Gut, wie? Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht. Woh-Rage. Und die Inners und die Inners und die Inners, die in den Inners, die in die Inners. waren wir nicht. Oh no! George Wroh-Rage. Bist du auf. Wow! Ich fühle mich krass. Wie jedes Jahr. Sind die bei dir? Was? Das ist... Ja, das ist die Möglichkeit, es gibt noch mal aufzutreten mit euch. Weil das Stück ist so geil, Leute. Das ist so schön. Komm, drück noch ein Tränchen. Ja, gut. Ja, wir würden gerne von rechts und von rechts. Nein, das kann man mir nur von rechts. Dann können wir ein 1-2-3-4. Sie hat dich gedrückt. 1, 2, 3... Juhu! Hey, jetzt rein! Juhu! Juhu! Komm raus! Wir müssen ruhig sein! Oh mein Gott, er ist schon so voll! Ich kotze gleich! Komm raus! Juhu! Komm raus! Komm raus! Aber ich möchte euch beziehen, dass ich für ein paar Jahre Arbeit der Weislauf ist für die Lüge, das fangen wir gar nicht an. Vielen Dank, Herr Freire. Auch für die neue Zeit, auch für die Lüge für fünf Minuten. Vor allem, die Lüge. Können wir noch was machen? Wuhuuu! Einen Wunsch für die Lüge! Für die Lüge! Für die Lüge! Ich will jetzt mal was machen, wollen wir uns nicht festeinsdenken, aber einseitig noch mal an Ratschübsonung. Ja! Schade! 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 Ach, nö! Weiß ich davon! Kannst du nicht tanzen? Wie wird die Jacke so hochziehen? Du beantwortest sie nicht ohne deinen Anwalt. Ich habe keinen Anwaltschein. Ich würde sie vollpflichten. Kannst du nicht tanzen? Ja. Entschuldigung. Hey Jume, seid ihr gut drauf? Körperlich so fit, körperlich so fit. Na, das erinnert mich irgendwie auf Silvester. Na, Silvester. Ja, Silvester. Dieter, die gehören nur halb zu Jume. Das ist der Jume. Und das ist der einzige Hanabi-Blueer, den ich jemals gesehen habe. Ohne Kamera kennt er mich doch gar nicht mehr. Ja, stimmt. Ah! 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 Es geht! Ah! Mamuchan! Tarn ihn wenigstens! Tarn ihn wenigstens! Mensch, die Rampensau da hinten schon wieder! Darf ich sie so auf die Bühne geleiten? Ihr seid so zum Kotzen. Achso, du kannst es natürlich nicht auch machen. Ach komm, schön Prinzessin! Meine übt den Tanz? Will heim, will auch heim. Nee, ich. Ich will auch sagen. Nee, ich. Nee, ich. Musstest du das jetzt sagen? Zwei! Angeber! Angeber! Jetzt bin ich voll so... Ange-Schress, Ange-Schress und dann... Jaffa-Schress! Äh! Äh! Hallo, Buch! Hallo! Sag was Nettes über Jume, komm schon! Er war toll! Und jetzt ohne Gelüge! Ja, toll! Hahaha! Wie süß! Ah, okay schon! Ein Performer bei der Musik Das war's für heute. Der Titel im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für dich.